Bayern als Leitregion des digitalen Aufbruchs. Hier entstehen die Arbeitsplätze von morgen. Eines der vielen Zentren ist das Werk 1 Bayern in München. Eine einmalige Plattform für digitales Unternehmertum und Medien. Mein persönliches Feeling ist, dass die Münchner Startups etwas ernsthafter sind. Bayerns Wirtschafts- und Medienministerin Ilse Aigner stellt das neue Zentrum vor. Digitalisierung ist eine riesige Chance für Bayern und Digitalisierung ist auch eine Chance für die Firmen. Und deshalb brauchen alle eine Digitalisierungsstrategie und wir unterstützen das mit Bayern Digital. In der Zeit der digitalen Veränderung schlägt die Stunde der Existenzgründer. Startups schaffen Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Und hier im Werk 1 Bayern kommen sie alle zusammen. Das Werk 1 ist ein Gründerzentrum, ein Inkubator für die Digitalwirtschaft. Wir haben vor zweieinhalb Jahren begonnen mit ein paar Startup-Räumen, mit ein paar Events und mit einem Co-Working-Space. Wir sind aber ein richtiges Vakuum hier getroffen in München. Und jetzt sind 32 Startups hier bei uns im Werk 1. Der Co-Working-Space hat so 50 Plätze und runde 100 Events finden bei uns im Jahr statt. Viele Partner arbeiten bei Werk 1 Bayern zusammen. Das Werk 1 München ist Hotspot für kreative Köpfe. Das Media Lab der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien fungiert als Unterstützer für neue Ideen. Das Mediennetzwerk stellt Kontakt zu etablierten Medienunternehmen und Akteuren her. Und Invest in Bavaria verleiht bayerische IT auch internationale Strahlkraft. So soll Bayern als Top-Gründerstandort etabliert werden. Das ist eine Möglichkeit, dass junge Menschen die Idee weiter treiben können bis hin zu einer Gründung, zu einem Startup. Das unterstützen wir mit Personal und das unterstützt auch das Wirtschaftsministerium mit Fördergeldern, um letztlich auch Ideen nicht nur in den Köpfen entstehen zu lassen, sondern die Ideen auch in Gründungen zu führen. Allein an diesem Standort sollen in diesem Jahr noch 40 weitere Büros angemietet werden. Dies ist ganz im Sinne des Förderkonzeptes Bayern Digital der Bayerischen Staatsregierung. Das Werk 1 ist ein Ökosystem für Gründer, aber es ist auch eine Blaupause für Gründerzentren im ganzen Land. Bayern als Leitregion des digitalen Aufbruchs. Im Werk 1 Bayern setzen die besten Köpfe schon heute die Trends für morgen. Am 2 3 4 3 4 4 5